Leute, ich will gerade auf den Checkpoint treten, ne? Was passiert ist, spawnen einfach mal ein Zombie. Also so ein Skelett. Hallo Freunde da draußen. Willkommen zu einem neuen Video auf dem Nulles-HT-Kanal. Mit dabei der Nulles und ich. Ja, hallo. So, wir spielen hier eine Runde Lucky Ratze. Oh, das ist Lucky Race. Ich dachte gerade Lucky Sky Wars, hups. Ist ja noch besser. Na, kann man mal verwechseln. Lucky Race ist immer noch das beste Game, Alter. So, wir spielen hier eine Runde Lucky Ratze. Stimmt. Aber du hast Team Lucky Race genommen. Das ist Solo. Ne, das ist Team. Nein, Solo. Ne, da stand drin, die Party betritt einen Team Lucky Race Server. Äh... Team Lucky Race doch. Nein, nein, nein. Dann machen wir natürlich später Team. Ja, natürlich. Nur am Ende müssen wir uns bekämpfen. Hä, was bringt mir das, wenn ich jetzt da rüberklettere? Über die Leitern? Hä? Weiß nicht. Ich geh einfach mal so, wie die Leitern es sagen. Ich jump einfach mal. Darf ich dir was sagen, Noel? Ja. Ja. Wenn man... Hm. Wenn man nicht so weit wie ich ist, oder... Also wer nicht weiter als ich ist... Ist ein Verlierer. Ja, der ist ein Noob. Ein Noob. Und ja, und ich bin ein... Ne, du bist sogar... Zwei Checkpoints wäre weiter als du. Uh. Uh. Diaz. Ja, ich bin der Letzte. Uh. Pilzkühe. Nice. Meins, 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 meins. Meins, 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 meins. Hört sich an, als wärst du grad... wärst du grad zum Zombie mutiert geworden. Ein Zombie. Wer ist Zombie? Freedom. Not Zombie. Was ist ein Freedom? Alter, willst du mich verachten, oder was? Lol, ich will grade auf... 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 Auf den Checkpoint... Äh... Treten, ne? Was passiert, ist... Spawn einfach mal ein Zombie. Was? Ein Good Game. Also so ein Skelett und schießt mich einfach während des Sprungs weg. Geil. Lol, ich hab 500 Coins bekommen. Leil, wofür? Als ich ihn in Lucky Block abgebaut hab. Weil ab und zu bekommt man auch Lucky Blocks. Ne, Lucky Blocks bekommt man nix wie immer, oder? Ne, bei Lucky Blocks, ähm... bekommt man ab und zu auch mal Coins. Ich bin heute mal... Ich bin grad zu inkompetent, den Mini-Randy zu bewegen. Das bist du immer. Besonders den Mini-Randy in meiner Hose. Also... Die ganzen Leute hier, ne? Die rushen einfach durch, ohne irgendwie die Blöcke zu zerstören. Mhm. Hab ich auch das Gefühl. Ja, die sind schon bei... Sind die hier bei Troyjump, oder was? Sind die hier bei Troyjump, oder was? Die sind schon bei neun. Ja, sind die hier bei Troyjump, oder was? Leon? Ja? Kennst du dieses Spiel Star Staple? Nee. Achso, du meinst das Fertig-Spiel? Ja. Das ist ja rein? Das ist... Wie? Nee... Du musst es ja auch nicht so... die Mission kennen, aber... Du weißt, was es ist. Äh, ungefähr, ja. Ja. Das ist ja rein durch so ein Mädchen-Spiel, kann man sagen, ne? Ja. Meine Freundin... Meine Freundin spielt das. Okay. Und heute habe ich einfach so ihr zuliebe mir einfach mal so einen Account da registriert. Oh Gott. Ich habe ihn mir nur registriert, mir das Spiel runtergeladen, einmal kurz ausgeführt und bin immer noch in der Charakter-Erstellung. Wirklich? Ja. Lol. Ich wollte ein Video dazu aufnehmen, ne? Jetzt das Beste. Hm. Während des Videos... Okay. Während des Videos meine Internet-Charakter. Geil. Lol. Okay, Bitch. Denk dran mit Team. Teams sind verbunden. Das steht auch da. Lol. Äh... Nein, nein, nein. Team Lucky Race, doch. Nice. Yolo. Jo, wahrscheinlich. Zwei versus zwei Fragezeichen. Einfach mal fragen. Ja. Alter, wenn das... Alter, wenn das... Alter, warum dann kommt es? Dann ist es ja einfach ein Admin. Da ist er da. Ja, 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 ja. Läuft bei ihm. Ja, 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 ja. Oh, schade. Er hat mich. Wo bist du? Lass wirklich Team machen. Scheiß drauf, Alter. Jo, er rastiert. Wo bist du? Okay, ich bin, ähm... Bin bei einem höheren Punkt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Jo, 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 jo. Hier ist so ein guter, gut equipter Typ. So. Ich glaube, ich sehe dich. Ja, das bist du. Das bist du. Das bist du. Das bist du. Also. Ich bin, äh, ja. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, ich bin, äh. Ich bin, äh. Du, 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 du. Bist du, 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 du. Untertitelung des ZDF, 2020